Wunderland. Der Fotograf Frank Kunert nimmt den Betrachter mit auf eine Reise durch ein Land unmöglicher Architekturen und hintergründiger Ideen. Bevor er seine Bauten im Studio in Szene setzen kann, sind unzählige Stunden in seiner Modellbauwerkstatt vonnöten. Mit Leichtschaumplatten, Knetmasse und Farbe geht er daran, seine Ideen in konkrete Landschaften und Gebäude umzusetzen. Kunert baut in großem Maßstab, um auch kleinste Details nachbilden zu können. Sein Ziel ist es, Materialien und Oberflächen möglichst original aussehen zu lassen, denn in den späteren Phasen der Entstehung kommen keine Bildbearbeitungsprogramme zum Einsatz. Dass trotzdem eine modellhafte Anmutung bleibt, nimmt er in Kauf. Ihm ist es wichtig, einen komplett analogen Prozess abzubilden, daher fotografiert er auch mit klassischem Studiolicht und mit einer Großbildkamera. Seine Themen findet Kunert in Sprichwörtern und Lebensweisheiten, aber auch in seinen eigenen Alltagsbeobachtungen. Dabei wirft er stets einen hintergründigen Blick auf das Geschehen, schreckt aber auch nicht vor Betrachtungen zurück, die von Ironie und schwarzem Humor geprägt sind. Worthülsen und Banalitäten des Alltags nimmt Kunert ernst und setzt sie eins zu eins in seine Bauten um, die dann in völlig absurden Gebäudestrukturen die mangelnde Sinnhaftigkeit vieler Aussagen dokumentieren. Oft geht der Künstler sogar noch einen Schritt weiter. Er übersetzt die Aussagen in technisch unmögliche Konstruktionen und gibt der Darstellung dadurch noch eine weitere Wendung. Aus einem Drive-In-Imbiss wird so ein Riesenrad mit Autos statt Gondeln, an dessen Fuß zerschmetterte Fahrzeuge liegen bleiben. Die prachtvolle Treppe zum Restaurant Carpe Diem führt ins Nichts. Hinter dem einzeln stehenden Fassadenteil lauert der unmittelbare Absturz. Das groteske Missverhältnis von Verkehrsbauten und Lebensqualität nimmt Kunert mit einer in einen Autobahnstützpfeiler eingebauten Wohnungsidylle aufs Korn. Auch die Zugänglichkeit zeitgenössischer Kunst ist vor seinem Sport nicht sicher. Das entsprechende Museum ist nicht nur in der abweisenden Betonarchitektur der Moderne gehalten. Zugleich steht es auf hohen Pfeilern, sodass die Eingangstreppe in der Luft endet und der Besucher keine Möglichkeit des Zuganges hat. Nicht zufällig ist in Kunerts Werk die deutliche Dominanz architektonischer Scheußlichkeiten aus Beton. Neben seinem humorvollen Blick auf gesellschaftliche Realitäten und Alltagswahnsinn tritt so auch eine deutlich vernehmbare Kritik an verantwortungslosem Umgang mit den Ressourcen von Natur und Landschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017